Geil! Endlich! Soll ich mich abstechen? Na komm, was warst du da? Jogi, du sollst ins Training! Was ist das hier? Trainier jetzt! Du sollst Krieg machen! Krieg! Krieg! Es reicht jetzt hier! Mann, oh Mann! Ist ja gut, Patrick. Chivalry! Chivalry 2 kam raus. Ich muss jetzt hier wohl Krieg lernen. Gibt's im Epic Games Store. Link ist in der Beschreibung. Wenn euch das Spiel interessiert, holt es gerne über den Link und benutzt meinen Creator Code HAND OF BLOOD. Denn in diesem Spiel gibt es fette Schlachten mit bis zu 64 Spielern. Gibt zwei Fraktionen. Das hier zum Beispiel, die blauen sind die Agatha Ritter. Es gibt viele verschiedene Spielmodi. Team Objective, Team Deathmatch, 8 Maps. Es gibt 4 Klassen, die haben aber jeweils nochmal 3 Unterklassen. Und um diese nach und nach freizuschalten und dort auch die einzelnen Waffen auswählen zu können, dann müsst ihr leveln. Das heißt, ihr habt immer diese Karotte vor der Nase und habt wirklich einen Grund hier rein zu schwitzen in Chivalry 2. Ich spiele dieses Tutorial und ich habe auch meine drei Homies angerufen. Rüdiger, Jacques und Richie. Die zeigen euch gleich ein bisschen gezielter das Gameplay. Viel Spaß! Krankes Wetter, ne? 35 Grad im Schatten, ey. Bei der Polstergarnitur und gleich Rüstung. Erstmal ein Schluck Sass hier. Was sind die Biene, Alter? Da warst du Lach geschaffen?! Okay, was kann denn der Lachs? Perspektive. Okay. Hahaha. Okay, den mache ich weg. Oh, Overhead. Oh, Overhead. Ach, Mausrad nach unten. Oh. So. Oh, Oh, Aber warum ist der denn so aggressiv? Und wer ist er? At least now you can't say we never told you how to fight. Führer eine Kombination aus, nachdem du geblockt wurdest. Jo, ich bin doch kein Amateur. Ich habe mehr so eine Spiele gespielt, als ihr gepisst. Blocks can be held? Blocken und Ausdauer? Blocks können gehalten werden? Wir brauchen aber schnell Ausdauer. Ein verteidigender Spieler mit dem Waffen, wer keine Ausdauer hat. Ein Kohlkopf. Haben wir es jetzt mit dem Tutorial? Sie lieben mich. Die Schlacht vom Finsterwald. Geht wieder los! Ich bin ein Rüger und ich bin auch dabei. Tu meine Hand, mein Guder, ey. Stech dich ab. Scheiße, Bruder. Ich hab mal ein paar Jungs. So, zweiter Anlauf, Jun. Ich will es mal an dir glatt geben. Oh, sch... Oh, Entschuldigung. Komm mal. Komm wieder hoch. So, komm, tu mal her. So. So. Danke, Babi. So, Finsterwald. Du hast was... Reicht. Ja, aber wir müssen die Karre aufhalten. Und hier, jetzt noch mal rein. Mit den Jungs. So, jetzt schneide ich dich auf wie ein Stück Kugelfreundin! So! Boah! Aaaaah! Blaue Blütenzian! Den habt ihr zu deinen tausend Brüdern! Bringt mal noch mal rein! Ich mach' ich mal lieber... Ey! Ey! Bund Prügelei! So, der sitzt. Und der ja auch, Junge! Hehehe! So, zur Seite, Uli! Jawoll! Dann pack' ihn für alle! So, der kriegt als erstes aus dem Maul. Ich in die Fresse gebroxen. Ich mach' ich zwei Teile! So! Und mal nachstrichen! Schön die Kehle aufgeschnitten! Wo hätt' ihr die dreckigen Fernkehle? Aua! Der, äh, Spice! Was? Geh' mal! Du wirst hier einen wegkrabbeln, du kleiner Kasper! Gumm, ich schneid dir das Arschloch auf! Was rennt denn aus? Aua! Aua! Ohh, ein überrollt! Ah! Jššschler eаст, wir是的! Au! Aaaaaa! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Haaaaaaaahaaa! Aaaaaaaah!!! O didi ist derлушelmäß... Zeheilrin! hinter mir war ein schwertgerasse immer warum sind es doppelt so viel jungs hier, oh scheiße so zur seite brühe, oh es sind aber einige es sind noch ein paar jungs, wo ist denn, ich räum mal die treppe frei und mach hier drei zu frei und meine jungs pennen sich ein eil und ruf äh pul drauf ohne schuss vielleicht werfen wir was guck dir das mal an so arme hoch du bist tot oh scheiße der nächste hier ist jetzt los oh es sind wieder so viele aua oh ich kann die kriegsachs nehmen ist das unser lord? das ist unser herzog, ne? wo ist der Heinzelmann so aufgewischt jetzt haben wir die Felderachs, Freunde oh das war ein maid der war so blutbeschmiert oh wer braucht das maul oh weia voll in die fontanelle so zur seite jungs weg 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 Mackie weg 牠 wotnd woß glaub ich oh oh coxwell haaa well hello my name is Richie und heute gibt's Richie mit dem arrow you know i'm from Liverpool and today i will never go into the pool i mean it's 35 degrees outside so finally i'm the archer you know it's only wood but it makes hurt you you know with the saying it fires some nice arrows i'm a professional arch i will i will i will look take a look oh holy that was me fire in the hole right into the eye oh they are looking forwards na komm mal her jungs ihr kriegt jetzt im paus maul i'm very quick with the eggs look next one and now we are on guard german sausage douchebags yes it was melee combat i'm also good at melee combat you know i'm not smoking but i what is holy you know i'm not smoking but i have always a portable fire with me so then we have fire arrows hit killed now we have to defend the fucking gate is they're looking forwards like crazy who needs a arrow into the eye so and perhaps this right there into his eye hit it's burning oh holy shit right into the head man this this fight is so unstrength i mean it's so hot it's 35 degrees another one hey are you stupid you can take it away hey no not hey take it back at first i need a good position otherwise i can forget it i'm looking here on my eyes they have fair place nothing what this sausage boys know you know so this guy yeah he got he got shit in his mouth you know oh they are coming like oh guys shit oh shit oh holy hide in the ribs oh for lauren what does it mean that's that's so sad bonjour je suis chak et je suis très bien avec le umgang vis hellebart oh god scroll mmh toujours we will äh deschiquette some of the bleus hier guck mal her mein oh bist du nicht drüber hier springen aber das gibt nackenklatsche hehehehe hehehehe hehehe hehehe je achette un vino zu vino sag ich nino hehehe 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 du denkst du was macht denn mein mate il blockt moi hit hehehehe je suis rouge et rouge c'est une farbe de emotion hehehehe daneben ins rückgreifend hehehehe très bien ja auch noch mal feste drauf ne zack drin und weg hehehehe tete kong ah hehehehe avec le fist wer ist mein Wettbewerb le niederlag je mange le chien le belagerung von rute rute elm c'est un äh prince c'est un äh ludwig so let's äh yeah attaquer aah through the neck ne äh i mean anglais is not my fall achete some damage le damange mange le chien je m'appelle schack hey le verstopfung hehehehe le cot de ferd le cot de ferd le cot de ferd jacques 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 oh victory der sieg is unser allons don le le die belagerung von rute elm war siegreich frist scheiße und abonniert leo le 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 at le le he le 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 le